Nach einem Raketenangriff kam es im ukrainischen Pokrovsk zu totaler Zerstörung. Eine Person kam ums Leben und sieben weitere wurden verletzt. Infolge eines russischen Raketenangriffs auf die Stadt Pokrovsk in der Ostukraine wurde, offiziellen ukrainischen Angaben zufolge, mindestens ein Mensch getötet. Sieben weitere seien verletzt worden. Zwei Raketen hätten ein Wohnviertel getroffen, in dem es auch Hotels, Restaurants und Geschäfte gäbe. Das teilte der Chef der Militärverwaltung des Gebiets Donetsk, Pawelo Kurylenko, am Montagabend auf Telegram mit. Dazu veröffentlichte er mehrere Fotos, die unter anderem ein völlig zerstörtes Gebäude zeigen. Auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky berichtete über den russischen Angriff und teilte mit, die Rettungsarbeiten dauerten an. Wir müssen den russischen Terror stoppen, schrieb er. Russland führt mittlerweile seit mehr als 17 Monaten einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine.